Ich bin der Roland Hesdenk und wir proben da das Stück Indien, heißt das. Und das ist für die Tiroler Volksschauspieler, das ist am 15. Juli Premiere. Und wenn die Kinder wählen, könnt ihr gerne einmal einmal schauen. Dann zeige ich ihnen kurz einmal das Bühnenbild, wenn ihr wählt. Unter anderem die wichtigsten auf der Bühne, wie heißen die? Schauspieler. Super, bei mir brauchst du nicht aufzuhören, ich bin kein Lehrer. Gott sei Dank. Die Schauspieler, ganz genau, die machen sozusagen das Theaterstück lebendig. Weil das steht ja auf dem Papier, stehen da die Texte, die müssen die auswendig lernen. Da denkt man, das ist das Schwierigste, das ist das Leichteste auswendig lernen. Die Lampen, die da oben hängen, das war gar nicht drinnen. Das nennt man das Bühnenbild. Und wie heißt der oder die, die das machen, wisst ihr das auch? Das ist die Bühnenbildnerin, das sage ich deswegen Ihnen, und das ist die Birgit, die sitzt da drüben. Die hat das alles, da war nichts herinnern, müsst ihr euch vorstellen. Und die ganzen Lampen und das hat die Birgit alles entwickelt. Und das Dünn-Element, das ist sozusagen eine Metapher dafür, dass ein Gasthaus, und man muss ja irgendwo bei einem Tee rein gehen, und jetzt sage ich euch, will das super funktionieren. Dann gehst du rein. Grüß dich, Servus! Na schön, dass ihr da seid! Ja, mein Regisseur, was ist denn eine Metapher? Und dann gibt es auch noch so Sachen, die um uns umstellen, wie zum Beispiel dieses wunderschöne Einhörn. Und warum es keine Einhörn einmal gibt, wisst ihr? Über den Witz hat noch nie einer gelacht, jetzt müsst ihr bitte nach dem Witz lachen, bitte. Also, Einhörn-Mann und Einhörn-Frau stehen Hand in Hand am Strand. Ganz verliebt. Dann fährt von links ins Bild die Arche Noah. Arche Noah, wisst ihr? Ja. Da sind alle Viehkaufel-Frau, oder? Dann sagt der Einhörn-Mann zur Frau, Ai, 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 ai. War der Termin heute? Und das nennt man Requisiten. Ähm. Das sind, ja? Ist das Glas Wanken? Nein. Das muss er ja trinken. Der Schauspieler, der den Bösel spielt, der Franz weiß es, ganz viel Bier im Stück. Der trinkt fünf Bier und isst fünf Schnitzel. Mal vier. 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 Drittlich? Ja. Das ist auch schwieriger Berufsschauspieler. Und die Musik hat der Christian selber komponiert, selber geschrieben und spielt als Wasser. Schau. Und dann kommt ein bisschen Schlagzeichen. Sie haben das nach Hause gebaut. Genau. Das habe ich ja alles vorher schon abgenommen und in den Maschinen eingespielt. Und dann konnte er draufdrucken und das abspielen. Lassig, gell? Habt ihr jetzt eine Frau? Und jetzt, was habt ihr heute für eine kleine Feier? Abschluss für die Schule? Abschluss für die Schule. Gut. Danke. Nett, dass ihr da warst. Nett, dass ihr zugelöst habt. Wir haben jetzt eine Probe, nennt man das, einen Durchlauf. Von gesamten Stikeln. Mit Musik. Und dann müssen wir mal schauen, ob das ist da. Wenn es jetzt mal ein Laub schreien hat, dann bitte sie vielleicht auch nicht schickt, falls es nicht krank hat. Das gibt's ja nicht. Ich bin ein Simplrist. 20 minuten, 20 minuten. Das ist doch so, ich hoffe, dass ihr verd Vielen Dank.